Donnerstag. Ex-Popstar Alex Fletcher bekommt die Chance auf ein sensationelles Comeback. Doch die Sache hat einen Haken. Ich kann unmöglich bis Freitag einen Song schreiben. Ich habe seit 10 Jahren nichts mehr geschrieben. Bei der Suche nach Inspiration trifft er auf Sophie. Ich denke, Sie wären eine geborene Texterin. Ich schreibe aber keine Songs. Hugh Grant und Drew Barrymore. Eine Melodie ist jemanden das erste Mal sehen. Wenn man den Menschen besser kennenlernt, ist das der Text. In Mitten ins Herz. Ein Song für dich. Donnerstag, 20.15 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017